Danke für den Hinweis, Toni filmt wie immer, ihr wisst ja bei YouTube einen Kanal, er verdient damit kein Geld oder nicht viel, er wird davon nicht reichen. Wenn ihr wüsstet. Sagt er mir jetzt mal immer. Nein, nur kein Pfennig, habe ich abgerechnet, noch kein Pfennig. Sagt es mir gleich, dann wirst Toni nicht filmen, ansonsten gehen wir davon aus, dass er gemäß den Regeln des BDV oder Zugstimmungen hat. Wir können ja mal einen Hut rumgehen lassen. Ist jemand dabei, der nicht gefilmert wird? Huf wahrscheinlich, ich ziehe mal. Also ein Hut bitte nicht filmen. Ja, alles klar. Bei allen anderen bedanke ich mich für ihre großzügige Mitarbeit. So, ich gehe davon aus, dass jeder jetzt schon eine Stunde gespielt hat, ne, Martin, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe es euch nicht erklärt, wir haben sechs Runden, jeweils nur noch eine halbe Stunde. Da wir jetzt zwölf Teilhäuser sind, haben wir sechs Tische geschwinden. Eins ist hinten, sechs ist hier vorne. Die Nummer da vorne auf dem Wort hat es schon gefiguriert, einfach. Sechst Tische, sechs Runden, zwölf Teilhäuser, passt wunderbar, geht auf.